Hallo, wir sind das Petrinum. Da es dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür gibt, bei dem ihr das Petrinum selbst erkunden könnt, haben wir uns etwas anderes überlegt. Zusammen mit vielen Petrinern haben wir Videos gedreht, um euch Schule und Schüler zu präsentieren. Wie ihr ja wisst, könnt ihr im Rahmen von School of Talents verschiedene Schwerpunkte wählen, die wir euch jetzt einen kleinen Einblick verschaffen. Aber nicht nur das. Es gibt noch ein spannendes Experiment in der Chemie und wir geben euch einen kleinen Einblick in unserem Musik-Bad, zum Beispiel in das Orchester oder in unserem Schul-Bad. Jetzt viel Spaß mit den Videos. Wir freuen uns auf euch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.